Achtung, das folgende Video ist ab 18 Jahren. Nicht, dass es jemand interessieren würde, denn schließlich hat mich jemand mit 14 Jahren abonniert. Aber egal, jeder ist bis jetzt verantwortlich. Also, solltet ihr Schäden davon tragen, bin ich nicht mehr verantwortlich, Chio auch nicht. Und wenn ihr weiterschauen wollt, seid ihr selbst schuld. Viel Spaß. Wann denn da kommen wieder Hunde? Warte, ich geh ganz langsam vor, du bleibst hinter mir, da liegt was. Ach, das sind Ratten. Da liegt was, Ratten. Ich meine eigentlich nur, was in der Edelstein an der Decke ist, aber gut. Du weißt ja, Ladies First, gut, dass ich keinen Rock anhab. Ich folge dem Hintern. Ich folge dem Hintern. Ja, nee. Danke, dass du mich auf das Reduzieren tust. Eine Frau fühlt sich dabei immer sehr, sehr... Warum ist das hier so leer? Das gefällt mir nicht. Da rennt einer weg. Hey! Ich hab gar nichts gesagt. Oder sehe ich so aus? Feminin? Weiß ich nicht. Ich hab doch gar nichts gesagt. Wie kommst du jetzt auf feminin? Weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Nein. Du bist viel zu feminin, mein Lieber. Hier kommst du da drauf. Ich bin nicht feminin. Ja, komm mal her. Ich heil mal kurz, weil hier ist noch Unkraut. Oh, Unkraut und so. Komm. Ich hab auch Heilung noch, aber egal. Ja, hab ich auch noch. Wo bist du denn? Du bist immer voll im Haus. Schio in sein Haus. Ja, normal, ne? Oh, grün. Voll Drogen. Drogen aufgesprüht auf Haut. Ich nehme Drogen jeden Tag. Ich nehme Drogen, halb ich sie mal. Ich nehme Drogen, dann geht's mir gut. Ich nehme Drogen, sonst frag ich einen Renot daraus. Nachdem wir noch mehr Internet-References abgegrast haben und unsere Einfassistigkeit ausgedrückt haben, können wir, glaube ich, zum Let's Play zurückkehren. Wasser! Wasser! Falls die Zuschauer, ich wollte schon Abonnenten sagen. Ich meine, die Zuschauer schon ausgeschaltet haben. Ja, ich meine, normal. Weißt du, wenn man hier baden tut, dann ist das irgendwie voll toll. Weil baden ist immer toll, weißt du? Wir gucken mal jetzt in den rein. Aber nicht, wenn man explosive Sachen bei sich hat. Ich meine, man hat explosive Sachen bei sich. Man hat explosive Sachen bei sich. Wieso sagt mir das keiner? Genau, renn weg. Ich höre was. Ja, man hört sich überall. Die rennt sich ganz weit weg. Nein, nein, nein. Ich rede ein Mann. Ich rede wie ein Mann. Ist klar. Yoshio. Du redest wie ein Mann. Ich bin so männlich. Das glaubst du nicht. Kannst du mir vielleicht mal irgendwie helfen, wo es lang geht? Ich fühle mich auch so da oben. Schon gut, hier habe ich es gefunden. Ich suche gerade in der Gegend nach Zeug ab. Wieso machst du das? Das dritte Triforce-Symbol. Bitte mach die... Nee. Was hast du gesagt? Ich soll die Tür aufmachen? Die nicht. Hinten durchs Fenster durch. Welche für welche Tür? Die hier hinten? Am Steg? Nee, die müssen wir ja auch machen. Wir brauchen allerdings ein... Gott, wo ist... Egal. Dann soll ich die Leiter hochklettern. Komm. Nö, hier hinten können wir nicht ins Fenster rein. Ganz einfach. Und schädig. Wenn ich hin... Hinten gefunden. Hinten gefunden, genau. Oh, draußen noch ein rotes Kraut. Nein. Darf ich mal fragen, warum der da... Ablängt. Ja. Guck mal, da tropft es sogar ein wenig. Er wurde an der Decke aufgehängt. So will ich bestimmt nicht enden. Okay. Ich glaube, das ist stand da. Bei mir stand was anderes. Ich hebe auf... Kopfgeschüttelst mit dem Aufheben. Okay, es sind Typen mit Feuerarmbrüsten. Und Salam Husseens. Und Nachbarn. Sie wollen all durch dieses Fenster. Das finde ich cool. Da hinten ist hier Bigfoot. Wo ist Bigfoot? Kommt gleich angerannt. Mit große Mühe, äh, dem Messer. Dem Messer. Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Und ich will hier raus. Ey. Komm hier nicht raus. Autsch, Autsch, Autsch. Lass mich los. Danke. Kein Problem. Das ist der Dicke. Und der ist Dote. Und natürlich hat er Armreife. Alle großen, dicken, schwarzen Arm-Armenreifen dabei. Weil alle Sex-Rapper sind. Äh. Macht wirklich scheehaft. Das ist immer so rassistisch. Das ist ja auch ein Videospiel. Also... Was machst du da hinten? Der will mich abschlabbern. Der will Zungenkuss machen. Darf ich jetzt die Tür öffnen? Ja, mach ruhig. Ach so, den konnte ich gar nicht mal... Ah. Das tat weh. Was machst du denn noch? Ich? Hol Leute von der Decke. Ich hör schon. Irgendein Flattermann kommt da. Ja. Stierb endlich. Nimm du die Flattermänner. Ich nimm den, der hier oben noch steht. Und... Hab ihn. Schön. Wo bist denn du? Hinter dir. Schön, dass du die Tür wieder zumachen. Ich hab die Tür gar nicht... Oh, jetzt lebt der immer noch. Bleib liegen. Ja, ich merk schon. Bleib tot, sag ich immer so. Bleib dich tot. Der kriegt jetzt hier ein Messer in den Kopf und dann ist gut. Ich liebe es zu denken. Wie ohne Kopf? Mit dem Messer am Kopf muss es wehtun. Es gibt Dinge, die tun noch wesentlich mehr weh. Echt? Hat das einen Grund, warum... Ach, da hinten ist ne Heilpflanze. Toll, ich bin voll. Ich bin so voll. Ähm. Was mach ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Ich lade nach. Und dann hebe ich auf. Ich bin gut. Oh je, die Hütte wird verstört. Oh je, die Hütte wird verstört. Äh. Weißt du, was wir ja machen müssen? Ja, wir müssen hier oben weiter. Ach so. Ach Gott, falsch. Ich kombiniere. Nein. Au, Captain Kirk mit dem Pieper unten rein. Ah, der, 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 der kommt. Ah, dicke. Autsch. Autsch. Gott, der ist runtergefallen. Weiter lebt noch. Oder? Ja. Stirb gemessert. ha 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 alle wechseln gut das wurde glaube ich ja sobald die goldjubilen anbänder auftauchen die klischeehaften da hier ist für deine ah nun die waffe ist für deine waffe moni ich wollte gerade sagen um den kümmere ich mich kirk das war mein auftritt ich kann mich um den armbuch schützen hier mal ich sehe hier nicht mehr was hallo kirk hi moni na wie ist das wetter da oben hier nimm mal die moni ich kann die nicht aufsammeln ich habe keinen platz dafür bist du mal da hinten bin da oben da oben wo du nie hinkommst ich kann mich jetzt die leiter weg treten und jetzt kommst du nicht mehr hoch ich finde es interessant was es hier so alles gibt ich meine dafür dass wir in afrika sind ist das deine munition da hat er sein 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 höchstmittel für den haushalt fein gelassen hui das war kirk das war nicht ich vorsicht fliegendes dildo sehen immer wenn ich gerade noch am zählen bin bist du schon am schießen irgendwas geht hier definitiv ich komme mit der waffe einfach nicht klar habe ich das gefühl und hier ist eine andere waffe drinnen ich habe gerade verscheiden hier ist ein anderer affe drinnen ne waffe scharfschützengewehr du oder ich das ist lustig was ich bin ja eigentlich gerne scharfschütze aber dieses spiel ja scharfschütze bin ich eigentlich immer gerne weil da muss ich einfach nur rumhocken und wirklich den kopf treffen und ich habe aber ich habe schon zwei waffen das ist das problem ich habe drei waffen du hast aber einen slot du kannst ein maschinengewehr behalten und das andere weglegen du kannst du mir nachher eins weglegen und warum sagst du mir nicht dass ich zwei mgs habe wieso machst du die tür hinter dir zu hab ich gar nicht jawohl wie soll ich das denn machen es gibt keine animation für wir Türen zu machen nur für Türen aufwachen warte kurz ich heil uns mal eben ich warte auch nur du bist mir voll geheil und du kannst voll reingehen normalerweise würde ich sagen ich mache einen quicksafe aber wir brauchen mal nicht so speichern wie sagt man so schön zum schlafen ich gehe speichern und zum nickerchen machen ich gehe mal kurz einen quicksafe machen ne ich mache mal kurz einen quicksafe weißt du bescheid ja genau genau mich auch hier nimm Messer kurz in der Puzzle-Muddel deine Muni 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 ich mache alle hopp und hol die Muni alle Kopfschmerzen bämm da mach ich au renovative Texte au und aaaah dann haben wir alle Tonleiter noch mehr Muni Muni‬ für dich brauchst du keine Pistolen Muni‬? Ich hab keine Slots mehr. Doch, hast du. Nein. Dann gib mir noch eine Heilung. Dann hast du Platz. Dann komm her. Gib dir die und dann kannst du die Dings aufsammeln. Dann kannst du die gleich zusammenfügen. Komm mit ihnen und so. Und hier? Ich kann die Brandkarte mal verschwenden. Soll ich die Tür aufmachen? Welche Tür? Mach ruhig, das ist eh nur ein anderer Weg. Ich glaub, du bist eh bald lustig hier. Ach, geht das 18.0? Läuft man zurück? Aha. Ich kann mal absolut nicht erinnern. Oh, hä, hä. Was denn? Nichts. Du kannst vorauslaufen. Nee, doch nicht. Hier ist ein Leiter. Hä? Nein! Guck! Was denn? Oh! Bio-organische Waffe. Woher weißt du das? Weil ich mit Resident Evil, naja, ne? Vertraut bin. Nee, ich kenn die ersten drei Teile nur zu... Wow! Irgendwas brennt hier. Da liegt irgendwie ein Menge Zeug da oben. Ja, ich bin grad nur damit beschäftigt die Leute. Das krieg ich nicht. Ja, das... Wie ein fliegendes, äh... Wie war das noch? Ich krieg's hin. Aber natürlich. Ich hab' ja auch mal ein. Ich bin grad, ähm... Ich hab' ähm... Probleme. Hm. Maschinenwehr Munition hab' ich gefunden. Kommt er jetzt mal runter. Dann tauscht er Munition, dann... Ich... Ja, gut. Ich glaub' da kommt noch einer. So, mal gucken, was du jetzt erstmal schön gebrauchen kannst. Du kriegst erstmal schön Heilung von mir, ne? Okay. Willst du noch mehr Heilung haben? Wenn da oben noch was ist, um einsammeln, dann geht mal her. Ja. Und dann hilf mir nochmal hoch. Okay. Ich meine, die Frau nimmt mal... Ach, der geht mir aber langsam echt auf den Zwerg da. So, jetzt stirb endlich. Vor allen Dingen, er geht mir auf den Zwerg, ne? Weiß jetzt Bescheid. Auf den Kieffzwerg. Yep. Was haben wir denn hier noch Feines? Hau, geht's! Bam! Burn, baby, burn! Ich weiß doch nicht immer alles anzünden. Jede Menge Menschen. Entschuldigung, das war... Äh, Menschen trifft's nicht ganz, aber wir sind nah dran. Blubber, Menschen. Was, jetzt muss ich wieder ganz zurück, nur um runterspringen zu können? Wollen wir doch veräppeln. Die wollen... Ja, die wollen dich ver... verapfeln. Äh, ja. Jetzt sehen, tun wir mal so, als hätte man jemanden Metapher nicht gesehen. Welcher Affe? Metapher, du Affe. Du bist mir auch so eine Affe. Ein kleiner, durchsichtiger Affe. Wo? Toiletten! Und Vili ist mit dabei. Da wabert was. Da wabert was. Bäm! Und da gibt es rotes Kraut. Ja, rotes Kraut habe ich ja auch, aber ich kann das nicht aufnehmen. Was ich nicht kombinieren kann. Oh, die ist verschiedene Munitionen, die ich nicht aufheben kann. Die du aufheben könntest. Äh, ich komm sofort und hier ist noch was, was du... Ich höre... ...jemanden keuchen. Ja, da oben sind welche. Geh mal da hinten zurück, ich kümmere mich drum. Genau. Der Brr wurde geschrubft, der ist. Und zwar richtig. Ja, aber sowas von. Ähm, willst du dir nicht aufheben, oder kannst du einfach nur nicht? Ich kann einfach nur nicht. Bäm, mit der Voll... Ey, das nicht mal richtig, die Kombination, und ich geh in die Wand, so und zurück und, doch auszuweichen. Dann bin ich in die Seitenhauen kann, voll den Schulterbruch und der Stamper. So stark, Munition, mit ihr wenig. Wir haben ja nicht genug. Äh, Handgranaten? Nein, nein, die wird trabvoll. Handgranaten! Leider haben wir volle Leben, ich kann nicht heilen. Komm mal her zu mir, mach mal bei Fuß. Bimi, wo ist denn? Komm mal zu das Hausfrau. Zu das Hausfrau. Hier, nimm du mal. Und ich kann dann... Warte, nein. Aufheben. Dreh das auch noch eine Granate. Ich bin das Hausfrauchchen, ich werfe immer mit Granaten. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich sollte dir das Scharfschützengewehr doch geben, ne? Weil ich jetzt gleich... Und gib mir die Granaten, es rät auf. Granaten. Mhm.